Hallo liebe Jungjäger, wir haben nun Ende April und beim Rehwild beginnt nach einer Tragzeit von etwa 42 Wochen die Setzzeit, welche sich bis in den Juni hineinzieht. In der Regel setzt die Geist ein bis zwei, selten noch mal drei Kitze. Die Kitze kommen behaart und sehend zur Welt. Das hier aufgefundene Kitze ist erst wenige Minuten alt. Untertitelung des ZDF, 2020